Was ist das? Was ist das? Assalamu alaikum Was geht Leute, wie geht's euch? Wir sind heute wieder hier auf einem neuen Video Auf einem neuen Video Bruder, mein Deutsch ist so scha... Ich brauche meine... Ich weiß nicht was ich zocken soll Also ja Ich dachte niemals, dass dieser Tag hier kommen würde Aber ja Roblox Wir spielen heute Roblox DOS Also diese Horrorspiel auf Roblox Keine Ahnung Digga Ich hab nicht mal einen Roblox Account Digga What? Ich hab echt keinen Roblox Account Ich muss mir jetzt komplett neuen Roblox Account machen So Digga, ähm Wir machen jetzt unser Ding Popel Omot Welche kleinen Popel Omot Der Echte Okay Die haben alles geklaut Die haben alles geklaut Die haben alles geklaut Olle Welche kleine... Okay Jawoll Digga Popel Omot OG Digga Was bin ich? Was ist mein Geschlecht? Ja Männisch So, wir sind drinnen Digga Ja Was machen wir hier jetzt? Oder was spiele ich hier Digga? Leute sagen das ist... Das ist so Horrormäßig Das ist easy Digga Ich nehme alles auseinander Das Hotel Ich kann das nicht ernst nehmen Jungs Digga, das ist Roblox Digga Man kann doch keine Angst vor Roblox haben Digga Ist doch nicht mal normal Oh, okay, ich hab Gold Man kann sich verstecken, warum? Also ihr wollt mir sagen, das ist... Das sollte mich erschrecken, hä? Da passiert nicht mal was an einem Akkuin Oh Das ist nichts cool Ich sehe nichts Hallo Oder das ist Roblox Digga Ich mache mir nur Spaß Digga Als ob ich Angst habe von Roblox Digga Oh, ich bin gef... Ich bin gef... Okay Okay Ja Hä? 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 Was ist denn das Spiel Digga? Warte mal Das ist anders Das war nicht so Das war nicht so, oder? Warum denn das war nicht so? Oh nein Ich hab kein Feuerzeug Ich sehe nichts Tamam Ich sehe nichts Ich bin ge... Was höre ich denn? Ja Ich bin wieder raus Digga Es sieht dir geht als ob ich da reingehe Was war das? Was? Was passiert? Was? Ich dachte Roblox wäre mein Kinderspiel Digga Was habt ihr gemacht? Assalamualaikum Geschosse Apfel Kommt immer live Wir müssen einen Schlüssel finden für diesen anderen Tür da, okay? Ich sehe nichts Ich sehe nichts Ich sehe nichts Digga, was ist das? Der macht Pssst Amorakön Kommt hinter mir Digga Was ist mit dir? Digga Digga Niemand macht dich du Hund Okay Tom Ich hab hier nichts zu tun Ich will weiter 26 Wir haben es geschafft Bruder Wenn ich kein Motherfucker bin Bruder Dann ist Niemand Eine Motherfucker, okay? Ich hasse Spinnen Wer mich von Garmans noch kennt Weiß Bescheid Ich hasse Spinnen Ich dachte mir Hä? Auf einmal der Springt Auf einmal der Springt Auf einmal der Springt auf mein Gesicht Der kleine Zippy Der mich auseinander genommen Digga 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 Ich krieg Gämsaut schon wieder Okay Also Ähm Ich weiß nicht dass das 26 war Ich wollte nur probieren Bruder Warum haben die so viele Jumpscare gemacht Die kleinen Warum sind da Augen? Hä? Stabit Hä? Was ist das her?! Ja Ich leg Liam Sun Was ein B разгon ich habe keinen bock mehr so wir sind jetzt in garrys mod und ja ich habe ein paar next spots digga und ja ich weiß diese meme ist schon tot aber egal egal so ich habe keine ahnung wo unser brä ist okay kann man den hier irgendwo sehen bitte entschuldigungsvideo bitte ich glaube nicht dass er jetzt kommen kann gerne bitte der ist doch bestimmt voll weit weg waren so können wir immer noch nicht sehen das ist sehr gut so ich habe jetzt paar neue gespawnt okay damiallah verpiss dich von wo kam jetzt rambo digga auf einmal einfach ganze tiktoker gang hier digga wo bist du rambo das ist deine eh egal wir haben den brand wir sind den brand kommt so wir dürfen auf jeden fall keine zeit verschwenden der kommt okay oh mein gott digga es ist zu ruhig zu ruhig der kann doch hier nicht mal runter digga so ich habe jetzt paar andere gespawnt so bruder ich habe jetzt echt viele gespawnt die eine ich glaube halbe youtube und halbe tiktok ist einfach hier die chillen hier chỗ eigentlich gibt es das die Oh je je je... oh je je... Oh mein Gott... Ich bin... Ja! Nein! Nein! Scheiße! Was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott... Mein Herz kann nicht mehr und meine Nachbarn können auch nicht mehr. Ich f*** mich gleich! Oh no... Wie können wir die übenkommen? Bruder, es ist eigentlich schon unmöglich, gläub ich. Und wie schnell wir auch kommen, das ist auch ein anderer Ding! Was ist denn ich? So, ich bin jetzt bereit, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, wir schaffen das schon.